Es droppt 15 in die DM-Szene Mit der ACR im goldenen Gewandtut Habe hier eine ganz freshe Mob rausgehauen Ich war mit dem Marcel unterwegs Und noch ein paar anderen Kollegen Und ja, war relativ nice Grüße an alle, die im Gameplay dabei waren Ja, soviel erstmal dazu Ich habe hier eine kleine Story für euch zu erzählen Ist auf jeden Fall richtig belastend, Leute Und zwar Es war gestern ja quasi erstmal die Vorgeschichte Und zwar, wir haben ein neues WLAN bekommen Was eine Frequenz von 5 GHz hatte Die Xbox, die ist ja fast schon 10 Jahre alt Kann man quasi im Museum ausstellen Erkennt das WLAN einfach nicht Ich denke so, scheiße Leute, was mache ich denn jetzt Kann ich jetzt nie wieder zocken und so Dann rufe ich da meinen Support an Folgt dann 2 Stunden irgendwelchen Schritten Die alle nichts gebracht haben Dann war aber noch ein Kollege dann da vom Support Der meinte, wenn das WLAN 5 GHz Frequenz hat Dann musst du die zurück auf 2,4 GHz stellen Ja, ich sag erst mal meinem Vater Bescheid Ey, was los, ich kenne das WLAN nicht Ich kann jetzt nicht mehr schwitzen Was mache ich denn jetzt? Ich bin, mein Leben hat keinen Sinn mehr quasi, ja Und dann war ich erstmal richtig Depri Und mein Vater kommt dann rein Was WLAN geht Wir haben es geregelt, Leute Oh mein Gott, oh nochmal nice Wir hatten ja dann ein WLAN-Router und dann zwei WLAN Einen mit 5,5 GHz und eins mit 2,4 GHz Das ich dann die Xbox auch verbinden konnte Ja, richtig fresh Ich kann jetzt wieder richtig suchten Ich habe eben noch eine richtig nice 70-80 Sekunden-Mob oder so Er spielt richtig schnell War richtig fresh auf jeden Fall Und ich freue mich auf jeden Fall übelst hier wiederum zu sweaten Leider nur mit dem Standard-Controller Da ich mir aber bald einen Scaf von Kollegen abkaufe Ich freue mich auf jeden Fall schon übelst Dazu wird dann auch nochmal ein kleines Video kommen Mein neuer Scaf oder so Mache ich mir hier den endlich Scaf Blick Ja Und das war's von mir Endlich Standard-Controller Blick ist dann eher so Nein, Spaß Das war's von mir Ich bin raus Ciao Bis zum nächsten Mal